Ja, hi, ich bin der Hannes, ich stelle euch heute meinen Golf 1 vor. Ja, hi, ich bin der Hannes aus Leipzig, das ist mein 77er Golf 1 GTI, zu dem Auto bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, ich war auf einer Dienstreise in Koblenz und habe abends eine Nachricht bekommen, dass das Auto bei Mobile eingestellt wurde, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Holland. Das passte allerdings mit der Dienstreise total super, weil da waren wir nur 200 Kilometer von dem Verkaufsort entfernt und haben uns dann spontan drei Tage später mit insgesamt drei Freunden aus dem Golf 1 Info Forum ins Auto gesetzt, sind losgefahren, haben das Auto angeguckt und dann sagte ein guter Freund von mir, der das Auto auch gefunden hat im Netz, Frank, zu mir, pass auf, wenn du den nicht nimmst, dann nehme ich den. Das heißt, es war eine recht, ja, spontane Entscheidung zu sagen, gut, ich zahle den heute an, hole den zwei Wochen später ab und damit war dann die Entscheidung gegen mein bis dahin schon fertiges Auto getroffen, es war ein Golf 1 Cabrio G60, auch mit Eta Beta Turbo Felgen und auch mit geledertem Innenraum, aber das Auto musste dann gehen. Zwei Wochen später habe ich das Auto dann abgeholt, den Golf abgeholt, habe meiner Frau erst mal versprochen, bis zum Winter nichts dran zu machen, daran habe ich mich auch gehalten, hat wirklich keine Schraube bewegt und im Winter ging es dann los mit den ersten Kleinigkeiten, neue Felgen drauf, neues Fahrwerk rein, also er hatte ursprünglich selbst gebaute 17 Zoll Vortex Felgen drauf, die sind runter, dann habe ich BBS Felgen drauf gebaut, das Fahrwerk, was verbaut war, war ein FK Silverline, das war zu hart und ließ ich nicht tief genug fahren und dann habe ich von AH Exclusive Parts einen 180er H&R Rebound gekauft, bestellt und eingebaut, jetzt lässt es sich auch so komfortabel mit der Tiefe fahren, zusammen mit den 16er BBS war es wirklich recht tief, was dann dazu geführt hat, dass dann wieder anderthalb Jahre später wieder auf 17er Eta Beta Turbo Felgen umgebaut wurde, vorne 6,5 und hinten 7x17, vorne mit 165, 35, 35, 17, 185, 35, 17 auf der Hinterachse. Ja, jetzt bin ich, zumindest was Felgen und Fahrwerk betrifft, super zufrieden, kann man so lassen. Wie ging es weiter? Im Prinzip war das, das muss man fairerweise dazu sagen, ein fertiges Auto. Es war ein 1.8T Motor verbaut von Van Kronenburg Motorsport, war fertig lackiert, hatte einen schönen Innenraum, aber irgendwie will man ja trotzdem seine persönliche Note an so einem Auto dann auch hinterlassen und das ist in den letzten drei Jahren, denke ich, ganz gut gelungen. Mittlerweile ist es nicht mehr das Auto, was ich in Holland gekauft habe. Ich fange beim Motor an, der Motor war soweit verbaut, aber es waren viele Sachen poliert und verchromt, davon sieht man heute nichts mehr. Es ist vieles auch versteckt verlegt worden, der Kabelbaum ist komplett umgeändert worden, die Ladenluftverrohung ist gecleant, umgeschweißt, die Ansaugbrücke ist auch gecleant, auch zugeschweißt. Das hat ein Freund von mir gemacht, der Christoph, hat das wunderbar gemacht. Ansonsten sind sämtliche Kunststoffteile im Motorraum, wie Zahnriemenabdeckung, Wischermotorabdeckung, sämtliche Deckel, also für Öl, für Wasser, für die Waagebalkenbremse, das ist alles aus Echtcarbon. Jede Schraube an dem Motor ist eine verchromte Imbusschraube, jede Mutter ist eine verchromte Hutmutter. Alles Weitere ist wirklich so verlegt worden und so gebaut worden, dass man es eben nicht auf den ersten Blick sieht, inklusive Öl-Catch-Tank für den Motor zum Beispiel. Alles, was verchromt und poliert wurde, ist von einem Freund von mir, von Sven, in Klavierlack lackiert worden. Ist ein schöner Kontrast, finde ich, zum silbernen Motorraum. Leistungstechnisch ist am Motor nicht viel gemacht. War auf dem Prüfstand, hat 265 PS mit dem K03s Lader. Reicht bei einem Auto, was keine Tonne wiegt und mein Auto total super. Ja, zur Außenwirkung von dem Auto. Ich habe ziemlich viel, oder nahezu alles, was an dem Auto außen schwarz ist, was auch zum ursprünglichen GTI-Look passt, in Echtcarbon. Angefangen ist bei den Stoßstangen und Stoßstangenecken. Tatsächlich sind die Stoßstangen komplett aus Echtcarbon, ist nicht laminiert. Die Stoßstangenecken sind aus Carbon, die Blende hinten zwischen den Rückleuchten ist aus Echtcarbon, die Spiegel, selbst die Stege von den Dreiecksfenstern sind aus Carbon und die Steinschlagschutzecken an der Hinterachse. Das zieht sich so durch. Wenn im Motorraum schon viel Carbon ist, dann am Außenbereich natürlich auch. Ansonsten, wie gesagt, so lackiert war er schon. Wir haben da nichts großartig verändert. Ist geblieben, nur dass eben die GTI-Oktik für den schwarzen Stoßstang wieder in den Vordergrund gerückt ist. Zum Innenraum. Da war dann jetzt im Winter 2018 auf 2019 einmal Totalsprengung angesagt. Also alles, was drin war, flog raus, inklusive Armaturenbrett, Teppich und so weiter. Das Auto ist komplett gedämmt mit Aluvitül in den Türen, in den Seitenwänden am Unterboden. Also alles gedämmt, ist konserviert. Dann ist das Armaturenbrett und die Cobra-Vollschalen, die momentan verbaut sind, die sind zum Steven von der Autosattlerei Schumann in Berlin gegangen. Sind dort mit Alcantara und mit Sichtnähten und Doppelnähten beledert worden. Ich bin total zufrieden damit. Das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte also im Prinzip den Rennstil doch irgendwo elegant kombinieren. Das hat gut funktioniert. Dazu hat mir mein Freund Martin, der Eisenschuster, der Begriff wird manchen Begriff sein, ein Spucknav-Lenkrad umgebaut, also geschüsselt und verkleinert. Und das ist dann von Aussattlerei Silber-Radow in Zwickau beledert worden. Und ja, in Kombination damit, dass die Vollschalen ins rein kam, silberne Wodenträgergurte von Schrot rein kam, 3 Zoll, ist die Rückbank rausgeflogen. Statt der Rückbank ist ein polierter Überrollbügel, dafür mal wie ich das reingekommen. Auch hier wieder verchromte Schrauben, verchromte Hutmuttern, das setzt sich so durch. Und auch im Innenraum gibt es eine Menge Carbon. Die Handbremse ist zum Beispiel aus Carbon, ist mit Carbon laminiert. Die Sitzschienenabdeckung sind aus Carbon. Der Innenspiegel, selbst der Tachoeinsatz ist alles aus echt Carbon. Bis hin zum Schaltknauf. Wenn man einmal anfängt, ist das wie so eine Sucht, also es hört halt nicht auf. Und ja, wenn wir schon bei Carbon sind, das ist ein Thema, sind Porsche-Teile das andere. Ein Golf 1 ist kein Porsche, aber man kann halt viele Teile da auch ganz gut kombinieren. Angefangen bei den Porsche-Rädern geht es weiter über Porsche 944 Türgriffe. Da allerdings recht dezent, das ist ein Detail für den zehnten Blick in meinen Augen. Sind in schwarz lackiert, den Türgriff Schriftzug sieht man aber kaum. Es geht weiter über einen Porsche 944 Handschuhfachschloss mit verchromten Emblemen und Griffmechanismus in echt Carbon. Ja, zur Schaltung an sich. Es ist ein G60 02A Seilzuggetriebe angebaut, was mit dem Motor in meinen Augen gut harmoniert. Geschaltet wird über einen CAE Shifter mit Carbon-Schaltknauf. Auch hier wieder die Schrauben, die soweit verbaut sind, sind verchromt. Verchromte Inbusschrauben, wenn man einmal anfängt, hört man halt nicht wieder auf. Ansonsten, was es in dem Auto gar nicht gibt, inklusive Kabelbaum ist ein Radio. Also sämtliche Kabel für das Radio, für Box und so weiter sind entfernt. In dem Auto brauchst du keine Musik. Wenn, dann lasse ich was über eine Box laufen, übers iPhone, aber in aller Regel macht der Motor die Musik. In der Zukunft, muss ich sagen, habe ich nicht mehr allzu viele Pläne. Vielleicht ein bisschen an der Leistungsschraube drehen. Ansonsten liegt in meiner Garage eine Heckscheibe ohne Heizdrehte. Das möchte ich noch einbauen. Vielleicht im Motorraum ein, zwei Sachen noch verändern. Ansonsten darf der gerne mal so bleiben, wie er ist. Ich habe als zweites Projekt noch einen Golf 2 Turbodiesel. Neben der Garage stand 20 Jahre lang unter einem Baum, sieht entsprechend aus. Ich glaube, mit dem fange ich als nächstes an. Der Einser darf gerne jetzt so bleiben. Was mir wichtig ist, möchte mich bedanken bei ganz, ganz vielen Leuten, die mir geholfen haben. Angefangen bei meinen Jungs von der Plus One Gang, ohne die das gar nicht so weit entstanden wäre. Nico hat mich da tatkräftig unterstützt. Danke nochmal an dieser Stelle. Sven hat die meisten Lackierarbeiten an dem Auto gemacht. Also auch da danke. Wenn was lackiert wurde, hat er das immer an der Hand gehabt. Das hat er toll gemacht. Steven von der Pure Clique aus Berlin, Autosattlerei Schumann, der den Innenraum gesattelt hat. Bei Martin Eisenschuster für ganz, ganz viel Unterstützung und auch für das Lenkrad. Es sind halt so viele Details an dem Auto und auch so viele Leute, die mir da auch geholfen haben. Angefangen über Matthias, der den Bügel poliert hat, dem ich den bringen konnte. Das ist ein gebrauchter Bügel gewesen. Oder über Christoph, der mir die Motorteile geschweißt hat und das auch richtig gut gemacht hat. Einfach so viele Leute, die mir bei vielen Kleinigkeiten geholfen haben. Ich habe mit Sicherheit jetzt in der Aufregung auch eine Menge Leute vergessen. Sorry, dafür ist nicht böse gemeint. Aber ihr wisst, vergessen ist das nicht. Ich habe das ganz oft auch schon in den Netzwerken auch geschrieben, dass ich da sehr dankbar dafür bin. Ohne euch wäre das alles nicht gegangen. Danke. Und last but not least, ganz, ganz wichtig. Ich muss dazu sagen, ich bin Familienvater, bin verheiratet. Ohne Unterstützung meiner Familie, speziell meiner Frau, wäre das auch nicht gegangen. Die trägt das Hobby mit, sie erträgt es. Sie fördert es nicht, aber sie lässt mich das machen. Von daher, danke Schatz. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, dann kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Reinschauen, lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, was ihr von der Kiste haltet, vielleicht habt ihr es ja auch schon mal live gesehen. Ja, und dann bis zum nächsten Treffen, bis zur nächsten Ausfahrt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.